Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, gegen Hoffenheim brauchst du zu Hause nicht zu verlieren. Und an Moinzen zum Vorbericht zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Wir haben ja quasi das spieltagsabschließende Spiel dieses Wochenende, Sonntag 18 Uhr. Natürlich gibt es wieder einen Stream, logische Geschichte. Ja, wir haben ja quasi das Möchtegern-Baden-Württemberg-Derby. Wir sagen einfach mal, es ist einfach ein Baden-Württemberg-Spiel-Duell. Fertig ist. Die Hoffenheimer sind ja eigentlich eher ein Euroleague-Klub, würde man fast sagen. Die Saison Euroleague im 60-Final rausgeflogen gegen Molde. Im Pokal auch recht früh raus gegen die Vierter. Ja, laufen schon ihren Möglichkeiten hinterher oder auch wahrscheinlich den Erwartungen so ein bisschen hinterher, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Man muss aber auch sagen, die hatten extremes Verletzungspächer. Die hatten wirklich zeitweise gefühlt mal 10, 11, 12 Spieler weg. Manche Corona, manche Verletzte hatten wirklich sehr, sehr großes Pech, was den Kader angeht. Wirklich eine schwere Saison durchleben die bisher. Auch jetzt noch einige Verletzte, aber Top-Scorer Kramaric ist noch dabei. 14 Tore, vier Vorlagen, also 18 Scorer-Punkte, sehr, sehr stark. Auch Baumgartner, das nach seiner Verlängerung nochmal mehr aufblüht bei Hoffenheim. Und auch Bebou sind ganz gut im Flow aktuell. In der Defensive ist wahrscheinlich auch das größte Problem der Hoffenheimer. Da sind immer noch recht viele Verletzte dabei, wenn man Transfermarkt.de glaubt. Da halt weiterhin vielleicht eine Schwachstelle, die man ausnutzen kann als VfB. In den letzten Spielen sind sie doch schon recht gut in Fahrt gekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gegen Wolfsburg gewonnen zu Hause, was man auch immer machen muss. Die nächsten Spiele bilden dann natürlich wir erstmal auswärts für die Hoffenheimer. Dann dürfen sie zu Hause gegen Mainz ran und dann auswärts nach Augsburg. Also es ist schon ein recht machbares Programm, auch wenn ich mal so gut überflogen habe. Die haben eher einfachere Gegner noch als schwerere, wenn man es so formulieren kann, im Rest der Saison. Also vielleicht haben die ja noch ein bisschen Resthoffnung, wenn sie jetzt wirklich in einen guten Rhythmus kommen, doch noch in Richtung europäische Plätze so ein bisschen zu schielen. Nach der Gegneranalyse kommen natürlich die letzten direkten Duelle. Wir hatten bisher zehn Heimspiele gegen die Hoffenheimer, gegen die TSG. In der Bundesliga-Historie bisher davon zwei verloren, drei Unentschieden, fünf gewonnen. Die Statistik spricht ja schon auch für uns. Es waren auch die 1-2-Kante-Siege dabei, mal ein 5-1, mal ein 6-2. Und unser letztes direkte Duell natürlich war in der Hinrunde das 3-3-Auswärts bei Hoffenheimer. Schon ein recht spektakuläres Spiel war, wo du eigentlich auch wieder hättest mehr mitnehmen können. Am Ende halt dann doch quasi der glücklichere warst, weil du eben den Last-Minute-Auswärts durch Kempf hattest. Aber es war auch schon ein recht interessantes Spiel. Vielleicht werden wir am Sonntag ja was Ähnliches sehen. Die Tabellensituation sieht wie folgt aus. Wir sind 9. 33 Punkte aus 24 Spielen. Die Hoffenheimer haben 30 gesammelt und sind zwei Plätze hinter uns auf dem Platz 11. Heimtabelle, Auswärtstabelle ist recht lustig, das Duell tatsächlich, weil wir 13. in der Heimtabelle sind. Und die Hoffenheimer sind 14. in der Auswärtstabelle. Also da auch sehr ähnlich. Und Rückrunde, wie gesagt, bei denen läuft es ja ganz gut aktuell. Bei uns auch eine gute Rückrunde ist bisher. Und es lief halt wirklich genau gleich. Beide 11 Punkte aus sieben Spielen geholt. Wir können jetzt quasi so ein bisschen auch tabellarisch eine kleinere Baden-Württemberg-Meisterschaft ausrufen. Weil Freiburg ist ein Punkt vor uns und auch ein Platz vor uns. Und wie gesagt, die Hoffenheimer hinter uns. Mal gucken, wer da am Ende des Tages einfach die Nummer 1 aus den drei Klubs ist. Hoffenheim vielleicht jetzt, wie gesagt, noch in den nächsten Spielen ein bisschen mit Druck auf die europäischen Ränge. Wer weiß, wir ja auch näher dran an Europa als am Abstieg. Nächste Spiele bei uns sind dann eben die Bayern, die nächste Woche auswärts rankommen. Und dann Bremen zu Hause und danach Dortmund zu Hause. Das ist schon kein wirklich leichtes Programm in nächster Zeit. Deswegen wäre natürlich so ein Sieg gegen Hoffenheim umso schöner. Und wer weiß, vielleicht kann man ja am Ende des Tages doch wirklich ein bisschen nach oben schielen, nach oben ein bisschen träumen. Aber sagen wir einfach weiterhin, die solide Saison einfach weiterführen. Lass uns Neunter werden, lass uns Zehnter, lass uns von mir aus auch Dreizehnter werden. Können wir weiterhin, wie schon oft besagt, sehr zufrieden sein bisher. Kommen wir zum Startelf-Tipp, der recht ähnlich bleibt. Wir gehen trotzdem wieder ein bisschen Input aus der Pressekonferenz von vorhin mit rein. Kaletsch und Sila sind quasi erst jetzt eingestiegen ins Training, aber laut Matarazzo wohl trotzdem ready für den Sonntag. Algedui leider wieder verletzt. Den plagt es wirklich so ein bisschen hin und her, das heißt, er will leider auch wieder nicht im Kader stehen. Eckloff ist wieder ein Ticken näher dran am Kader, aber immer noch Aufbauarbeit. Tommi dafür wieder voll dabei, laut der Pressekonferenz und González, man kennt es, ist volle Kanne dabei, will kicken. Aber da ist die Hoffnung eher, dass er vielleicht nächste Woche in München seinen Einsatz bekommt. Habe die Aufstellung wieder so gebastelt, wie es im Kicker halt quasi im Frankfurtspiel aussah. Also halt jetzt Mangala Endo so ein bisschen verschoben und so weiter. Auch ein Sosa, Silas, also quasi keine richtige normale, flache Aufstellung. Sondern wirklich so, wie es es halt im Kicker immer wieder darstellen. Wird sich nicht viel tun, glaube ich. Ich glaube aber irgendwie fast, dass er wirklich Castro nochmal rauslässt. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn er spielt. Das ist immer so ein 50-50-Ding. Wenn er schon anspricht, dass Tommi ready ist, sehe ich es schon gut, weil einfach die Kombination geklappt hat. Sosa, Tommi, Kalajic, das hat schon gut funktioniert, dass er Tulli Bali rauslässt und dann Tommi von Beginn anbringt. Oder auf jeden Fall, dass Tommi seinen Einsatz bekommt. Ich habe ihn trotzdem mal von Beginn an reingesetzt, weil ich das auch gerne sehen würde, wenn er fit ist. Und dann hinten drin ist noch die Frage. Ich belasse mal Mafropanos, aber der wurde ja auch wieder recht früh ausgewechselt, übertrieben gesagt. Dann kam ein Karaso rein, vielleicht bekommt er mal Mafropanos auch mal eine Pause und ein Karaso darf spielen oder mal wieder einen Stenzel. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal in der Startelf drin. Und zum Schluss natürlich wieder die Prognose. Man kennt sie, ihr könnt wieder voten im Community-Tab Sieg-Unentschieden-Niederlage, was ihr tippt. Und natürlich auch gerne ein bisschen spezifischer vom Ergebnis her oder von allgemein einfach ein bisschen prognose-spezifischer in die Kommentare oder unter den Community-Posts dann gerne drunter setzen, was ihr glaubt, was am Sonntag passieren könnte gegen die Hoffenheimer. Also ich muss schon sagen, jetzt ohne irgendwie groß arrogant wirken zu wollen aus der Sicht vom VfB oder irgendwie überzuversichtlich zu sein. Aber keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, gegen Hoffenheim brauchst du zu Hause nicht zu verlieren. Bei uns läuft es zu Hause wieder einen Ticken besser als letzter Zeit. Statistik gibt einem auch recht, dass Hoffenheim zu Hause normalerweise eine ganz gute Nummer ist. Also du brauchst auf jeden Fall nicht zu verlieren. Dazu, klar, die Hoffenheim sind ein bisschen am Kommen, haben wir weiterhin rein Verletzungs-Misere-Hinten-Probleme. Deswegen glaube ich schon, dass da einige Tore fallen könnten und dass wir das schon gut auch ausnutzen können. Das Team läuft weiterhin, auch in Frankfurt war wirklich eine ordentliche Leistung. Weil Frankfurt musste erstmal so ein 1-zu-1-Dier auch verdienen. Deswegen tippe ich am Sonntag auf einen recht optimistischen 3-zu-1-Sieg gegen die TSG. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, Meinungen und so weiter in den Kommentaren runter. Oder jetzt hier aus Ansbach mal der erste Versuch von einem Setup für die Vor- und Nachberichte. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.